bevor es jetzt mit dem nächsten video weitergeht leute habe ich mir erst einmal ein krispy chicken sandwich vom golden chicken rein das kann man essen, wenn es nicht steckt wir sehen uns nachher wenn das video richtig los geht hey ho meine lieben dieses video nur reines ausbackerl video und zwar von der tefal oleoclean pro fr 80 40 ihr wisst ja letztes mal mit der fritteuse naja und wieder zurück und ja ich habe meine bestellt selber gezahlt und ja die zeige ich euch heute jetzt in dem video sprechen ein bisschen drüber und im nächsten video wird es dann ausprobiert richtig genau gehen wir rüber vor die kleine aber feine küche da haben wir den karton stehen fritte mit unten an vorratsbehälter oder ablassbehälter fürs öl aber das schauen wir uns nachher alles gleich an auch wenn wir hier jetzt schöne bilder drauf haben aber wir können sie einen live angucken dann schauen wir mal heute eigentlich gar nicht erwartet die fritte erst nächste woche aber ja das passt zu unserem nächsten video dann machen wir erst einmal den deckel okay auch weg machen hier gleich so ein kleines siebes hier drauf kein richtiger filter aber naja die fritteuse liegt momentan mittlerweile bei 109 euro und hey leute da musste ich einfach zuschlagen da haben wir schon das sieb den korb da nehmen wir das monster mal raus hier was mir wichtig war sieht man alles ja war eben dass man das becken rausnehmen kann zum sauber machen und der heizwendel heizspirale wie man auch immer sagen will im öl drin liegt weil das ist dann viel genauer da haben wir die zwei sensoren hier drin ist ein sieb wo man das öl direkt mit ablassen kann und das läuft dann da unten in den bottig rein dann muss man nachher dann muss man hier rüber drehen und dann möchte man den moment oil box links oil box links dann kann man die nämlich hier rausnehmen und hat hier das ganze öl drin und wenn wir es dann wieder verwenden macht man hier einfach den stopsel raus ist hier auch auf der bildchen drauf dass man mit einer hand festhalten soll weil sonst klappt das ding auf und dann kann man das öl nämlich wieder rein kippen und das war nämlich das was mich an der fritte fasziniert hat dass das eigentlich sehr einfach alles geht genau und wenn man es hier rüber drückt dann läuft das öl ab ja aber natürlich erst einmal wenn es öl kalt ist ja leute wie gesagt ich habe die vierte auch noch nicht gesehen und angeguckt und ausprobiert ok ok steht das denn tatsächlich auf dem heizwedel auf oder was scheint ja ok hier kann man dann temperatur regeln hier haben wir eine zeitschaltuhr wo man dann einsteigen kann wann sie piepst wie macht man das ding wieder aus einmal eingestellt und da muss man die zeit einfach ablaufen lassen ja ich habe noch nichts angeschaut genaues wir werden das ding jetzt erst einmal alles komplett nochmal durchspülen und nochmal durchschmökern damit man da keinen fehler macht aber aber das ist eben jetzt die neue fritteuse im hintergrund ein kleiner hinweis aufs nächste video ja alles weitere dann in den nächsten videos wenn man sie verwenden wenn man sie verwenden so hätte ich das jetzt mal gesagt oder schwarz habe ich was falsches gesagt nö alles richtig gemacht ganz genau tja gerade noch einen anruf gehabt äh vorteile von dieser fritte ganz klar äh das öl wird automatisch gefiltert wird da unten in der vorratsbox dann aufbewahrt aufbewahrungsbox optimal nächster vorteil komplett zerlegbar und alles einzeln abspülbar äh einziger nachteil was mir so jetzt aufgefallen ist äh dass das kein richtiger geruchsfilter ist aber ich denke damit können wir auch noch leben nach dem frittieren immer ordentlich durchlüften und leute dann würde ich mal sagen war es das auch schon mit dem kleinen vorstellungs video viele werden die fritteuse wahrscheinlich schon kennen aber ich habe mir gedacht ich mache jetzt trotzdem mal ein klitzekleines vorstellungs video davon und ähm jetzt wird alles gespült und später dann ausgetestet ja habe ich die ehre bis zum nächsten mal äh Däumchen nach oben wenn das kleine video gefallen hat ja wir sehen uns tschalkowski hey ho meine kleine äh äh Ja, 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 ja.